Ich hatte keine Ahnung, dass er so krank war. Ich hätte besser raus gehen und kenne Warren. Bitte antworten! Bruder! Verbranntes Zeug. Meine schönen Fotos. Warum hab ich die Steuerung? Es ist ein Studio. Irgendwas stimmt nicht. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht brauchen wir sie auch nochmal. Nimm die lieber mit. Vomit. Oh. Das ist eine Victoria's bracelet. Ich glaube, Jefferson wird das benutzen, um Nathan zu beschreiben. David? Bist du okay? Schau mal diesen Ort. Es fühlt sich wie hell. Jefferson... Was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. Sie haben alle verdächtigt. Sie haben alle verdächtigt. Sie haben alle verdächtigt. Sie haben alle verdächtigt. Und das ist das, was ich für die ganze Zeit auf den Preskissen. Ich setze meine Augen zu weit. Lack of focus. Ich weiß das Gefühl. Ich bin nicht so froh, als du an Nathan von Nathan zu schraubst. Ich glaube, das auch. Und Max... Ich werde niemals vergleichen mich für was passiert. Ich fühle mich, wie ich sie aus dem Karten geliebte. Ich bin nicht so froh. Ich bin nicht so froh. Ich bin nicht so froh. Nathan und Jefferson sind diejenigen, die sie dort dort legen. Ich wusste, dass Nathan Prescott war ein Schraub. Ich habe nur noch lange Zeit für ihn zu neutralieren. Jefferson hat ihn schon. Sie hatten eine gewisse Frau-Könne-Könne-Könne-Könne-Könne. Aber Nathan hat Rachel gebeten, und Jefferson musste ihn als ein Schraub. Das Pervert war das alles richtig in meine Nose. Ich konnte ihn und Nathan, wenn ich nur... Ich war nicht so dumm. Nein. Ich sagte Prinz. Welles, Nathan hatte eine Schraub. Und es hat fast benutzt. Aber er wollte mich nicht glauben. Ich sollte mich mehr laut sein. Wir machen alle Entscheidungen, die wir uns schraubt. Aber ich muss sagen, dass ich dich empfiehlt. Und Chloe. Und deine Analyse. Ich hatte alle die High-Tech-Könne-Könne. Ich hatte alle anderen. Wir... Wir sind eine großartige Team. Das ist einer meiner Probleme. Ich bin nicht gut bei Teamwork. Ich habe niemals in der Service. Das war's. 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 Ich hab's. Das war's. Where are you? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. I'm kind of scared. It's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Hopefully we'll see if I can. Das sieht gut aus. I told you, I, Trust Limbo, have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now. Now, God damn it. How do I pay all those taxes? You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. All this shit will be over soon. I'll see you next time. Get down! Get down! Get down! Get down! Hey, Fan. Und ich komme hier nie wieder zurück. Du brauchst einen Lauf? Nein, danke. Ich muss einen Freund finden. Du gehst, Frau. Du gehst. Du gehst. Warum konnte er das denn nicht hoch? Die Leiche. Die Tod ist überall. Sie folgt mich. Oh. Verdammt, ich habe etwas missen. Ich besser wieder zurück. Ich wollte da links vorbei und das Scheißklo blockiert mich. Ja, ja, alles gut. Guck jetzt mal alleine und... ...druppertreten. Uh. What the fuck? Nicht, Evan. Ich muss ihn verraten. Ich muss ihn verraten. Right into the eye of the storm. Evan, duhst du diesen Tornado? Geh weg von hier. Max, keine Chance, dass ich diese Bilder auspielen kann. Juste schau mal. Das ist der Ende. Du kannst nicht eine Bildung, wenn du bist. Ja, jetzt verraten dich. Okay, wenn du dich versuchst. Woah, Max. Du kennst dich Dinge. Ich bin so ein Idiot. Nur wenn du nicht einen Platz findest, bis das schlafen wird. Okay? Jetzt besser ich hör auf den wirklichen Herro. Komm mit mir. Ich muss mich helfen. Ich muss jemanden helfen. Ich muss jemanden helfen. Ja, ich muss mich 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 helfen. Was machen die denn alle hier? Helfen hier auch immer. Ja, der ist nicht mehr zu helfen. Ja, der ist nicht mehr zu helfen. Sie sagt Hilfe, aber dann will sie doch nicht. Was soll ich denn da machen? Ich darf sie halt nicht anreden. Hilf mir runter. Da stehe ich nicht. Schwere Planke. Das Brett. Das ist aber sehr locker. Also. Das sieht nicht gut aus. Hier, das kann auch jederzeit zusammenbrechen. Hinter dir ist ein Ausgabe. Jetzt werden wir ein bisschen Magazin gucken. Turbo Road Traps. Hier telefonieren. Er ist tot. Elektroquiert. Perfekt. Für mich sah das aus wie ein Telefon. Gut, Verteilerkasten macht dann ja. Äh, Fischer, hallo. Ja, der ist jetzt gerade nix mehr mit dem Baseball. Äh, wie kann ich denn mit dem kommunizieren? Ich will helfen, aber er ist in Schock und er kann mich nicht hören. Und der Fischermann, und der Fischermann. Kann ich nicht irgendwas mit Fischen dem erzählen? Oh, das macht mich so schade. Ich bin ja nicht mal raus. Äh, ich hab einmal raus hier und ein Flyer. Hier ist voll. Ja, ich bin hier drin, ohne dass ich das Feuer zuerst rauskomme. Oh nein. Er hört mich vielleicht nicht. Sie kann es ja wenigstens mal probieren. Dumme. Was war das denn? Äh. Man hat eine Idee. Ah, das kann nicht beendet werden. Oh. Komm schon, du musst rauskommen jetzt raus. Ich brauche mich zu spüren. Ich brauche Erik. Bitte, 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 bitte. Das war das. Wie, 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 wie? Wie komme ich da dran hier? Feuer aus. Tal. Du musst rauskommen. Ich brauche mich zu werden. Okay. Ich läuche mich zurück zu den Diner. Ich danke den Fotos. Ich brauch mich die Fischermann zu. Ich brauche es, ich brauche mich. Ich brauche, Waren. 으로 ist es eine Zweck. Gehen Sie? Aus. 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 Oh, die hatten Glück. Aber jetzt kommt ja was Großes. Das ist angeflogen. Ich wusste es. Ich bin doch zurückgesprungen. Wie süß ist dein X? Nutzen, was immer das ist. Ah. Okay, okay, okay. Zeitung. Gucken wir uns natürlich auch noch an. Wichtige Zeitung. Die Monstern sind eigentlich die Menschen hier. Nature is a mark. Rechtzeitig zu Halloween finden sich die Bewohner von der Calia Bay in einem lebensechten, dystopischen Horrorfilm. Wie der Sterben erfüllung gestrumpfte Wale eingeschlossen. Öko-Wache. Gefällt mir. Die Öko-Wache. Was ist denn mit der Frau? Habe ich eigentlich gewarnt. Oh, sie ist nicht hier. Ich hoffe, sie ist in einem Schilder. Ich habe niemals gefragt, ob sie nennen. Once again, das ist nicht ein Test. Das ist nicht ein Test. At least nobody is going to starve in here. Go get him, Julian. Tatsächlich spiegelt dieses Problem einen verstörenden nationalen Trend wieder. Man muss kurz machen, in der Schule werden Leute gemobbt, und zwar von uns. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Trust me. Ich versuche, wie. Ich versuche. Seid ihr weg. Max. Oh, Max. Oh, Jesus, ich bin so glad to see you, Sweetie. Are you okay? Yes. Was ist das? Die zwei Wale sind jetzt nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob es wird durch diesen Tornado machen. Oh, der Schilder Bärie und all diese Leute da draußen. Okay, geh mal rein. Ich muss zurück zu diesem Mann auf dem Boden. Lauren hat alle die ersten Hilfe. Es ist nicht viel, Joyce. Aber es ist alles, was wir haben. Wenn das Foto ist, interessiert keinen. Oh, dieses T-Shirt voll gut. Der Eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need that... Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank. I'm so glad you're here. Are you okay? What? Besides this Tornado, the hole in my leg, not to mention the fact that I might die on the floor of a diner, and you're the last person I could see. You know what? I'm cool. Jesus. And I bet that thief Chloe and you didn't find Rachel. Right? Oh, Frank. I don't know how to say this, so... I just will. Rachel is dead. Fuck you, Max. No. No way. She left town. She's gone. How do you know, huh? How? All of our clues led us to my professor, Mark Jefferson. He had this creepy photo torture chamber, and we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk. Papadu hated him. You saw... You saw Rachel? Yes. I wish I didn't. I'm so, so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson, and he... he killed her. How? Hmm. How did he kill her? He used some drug and... gave her an overdose. An overdose? An overdose? The only way Nathan could have done that is... is if I sold it to him. I killed my lioness. Now, what have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, my God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me. Just... It's not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. I know. She obviously cared about you, Frank. Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. But, uh... Now, I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Da. They're now on the way. Fertig. Ah, I'm still screaming with the two whales. Come on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest in space. Joyce. How are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? I... I'll find her. Not in this storm, you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David will hold up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. Um... I mean... I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult and he has a lot more age and experience under his belt. Even if he doesn't know, he'll show it. Perfekter Sturm. It's too late. Perfekter Sturm. What's the way Perfekter Sturm says? I'm sorry. I caused so many problems with David and Chloe. You did the right thing. David overstepped his balance. I had a suspicion he was taking his private surveillance way too seriously. But he's sorry. and I wish he was here right now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. Then look at me, trying to keep my family together again. Max, did I make a mistake kicking David out? David saved my life from the storm. I saw how much he cares about Chloe. Even if he couldn't show it, David needs you more than ever and I can see why you love him. I'm so happy David was there for you. He has a lot of weight on his back from the war, but he truly wants to help people. He even agreed to take a family counseling class. I'm sure that was a hard thing for him to do. It shows how much he truly cares about you and Chloe. Nothing would make me happier than for David and Chloe to make peace, not war. But I don't know what to do anymore. I just... I just want this storm to blow over forever. Maybe it's time we leave Arcadia Bay. If we can. David is a real hero, Joyce. I know that all he wants to do is make you happy. I know he would do anything for you. And Chloe. I know. And yes, he's not William, but that's okay. He's not supposed to be. You reminded me of when he came into my life. I was ready to give up. David's love gave me strength. He even told me I was his hero. And I can't give up loving him. I wanted to come back home. Oh, I hope I get to tell him that soon. as... for a while... Max, do you think this is the end? Of course, not... meat. diezian flyers. Flyers. Madness. Madness.